Frohe Weihnachten! Sag mal, hat Charlie im Lazarett? Hat sie da eigentlich mal was gesagt? Meinst du über dich? Egal, vergiss es. Wilhelm. Sie spricht die ganze Zeit nur von dir. Wieso sagst du es ihr nicht einfach? Verstehe, du willst dir keine Hoffnung machen, weil du nicht weißt, ob du lebendig wieder nach Hause kommst. Solche Sachen... Untertitelung des ZDF für funk, 2017